98.3 Superfly. Urban Style. Body, Beauty und Lifestyle. Hallo, ich bin Susi Okola-Thomandl und bin eine der Mitbegründerinnen von Urban Health Concept, einer Gesundheitspraxis im ersten Bezirk in der Herrengasse. Bei uns gibt es... Wir sind eine Praxis mit verschiedensten Therapeuten aus verschiedensten Körpertherapierichtungen aus Ost und West und bieten somit ein ganzheitliches, umfassendes Gesundheits- und Therapiekonzept an. Das findest du nur bei uns. Die nachhaltige und langfristige Abhilfe gegen Schmerzen und Beschwerden, so klassische Großstadtbeschwerden, würde ich sagen, wie Rücken- und Nackenschmerzen, chronische Verspannungen, Burnout-artige Zustände, Migräne, aber auch den großen Bereich der Beschwerden im Verdauungsapparat. In Balance sein bedeutet... Wir brauchen Anspannung im Leben, wir brauchen das, um Leistung zu erbringen und dann geht es wieder darum, sich zu entspannen. Es geht um diesen Ausgleich von Anspannung und Entspannung. Unsere Philosophie... Ein alternativer, ganzheitlicher Zugang zu Gesundheit für den aktiven Großstadtmenschen mit dem Ziel einer nachhaltigen Therapie, mehr Energie und das alles unter dem Aspekt, den Menschen als Ganzes zu betrachten und nicht als Summe seiner Symptome. 98.3 Superfly Urban Style Nähere Infos auf urbanhealthconcept.com